Hallo Leute! Oh shit, nur behinderte Dreck. Immer zufällig, ne? So, jetzt geht's mal richtig los, ne? Ich muss dir kurz noch was schreiben. Ich kenn das ja immer beschäftigt hier. Äh, so. Ja, nur Kacke ist aber außer meine wenig. Ich will die nicht fahren. Nein. Okay, besser als Vokangrollen. Vokangrollen ist so meine Hass-Strecke schlechthin. Äh, ich bin der einzige Deutsche. Die Amis haben ja gleich was zu tun. Die müssen gegen Belgien spielen. Ich nehm gerade kurz vor 22 Uhr auf. Gucken gleich mal rein. Nebenbei läuft gerade noch der Stream vom, vom René, vom Spielmannsherz. Kann ich immer jedem empfehlen. Dienstags immer. Dienstags um, weiß ich nicht, wann er anfängt. 21 Uhr oder 20 Uhr, ich weiß es nicht. Eins von beiden. Spielmannsherz. Macht immer Pokémon, hauptsächlich, glaube ich, zu der Zeit. Also ich, ja, ich bin tot. Äh, ich hab nicht viel Ahnung von Pokémon, aber ich guck's mir gerne an. Einfach mal so ein bisschen kleine Werbung. Ich fragte, was tue ich da gerade noch so hin. Ja, ich spiel wieder Waluigi. Ich hab immer noch nichts freigeschaltet wieder, weil, äh, ich einfach zu V bin. Ich werd vielleicht auch gleich, vielleicht spiel ich gleich noch ein bisschen Einzelplayer, dass ich mir ein paar Sachen freischalten kann. Und kann ja nicht so weitergehen, ey. Wie soll das denn enden? Dass ich noch in 100 Stunden, äh, immer mit dem gleichen Zeug rumfahre. Ich will endlich mein Sportcoupé haben mit Slickreifen, ey. Das fand ich am geilsten. Bin noch letzter. Ist wunderbar, jetzt nicht mehr. Guck, du machst Toadette, ey. Du bist ein richtig schlaues Kind. Erstmal schön da rein, ey. Dö, dö, dö. Ja. Boah, läuft. Das ist so eine klassische kleine Runde. Hab wieder nichts angekündigt. War wieder zu doof. Ich vergesse das immer. Boah, Glück gehabt. Ich hätte mir kein besseres Item vorstellen können auf diesem Platz. Besonders wenn der fünfte vor mir und der hinter mir einfach einen Stern kriegen beide. Dann haben wir noch eine Runde, ey. Das ist ja nun hier. Tag vom Oramen loben. Sagt man ja immer so ganz gerne. Ah, ja. So, zack. Okay, das war ja kein Item. Das war schon mal scheiße. Dann noch Behinderter. Wow, ey. Fick dich, Shy Guy. Flieg sowieso gleich raus gegen die Belgier. Yummies. Ah, drei Pilze sind so der Standardkram. Ne, wir haben jetzt 8 da. Ist ja okay, 8 da. Ich will nicht meckern. Man muss durch, ey. Habe ich Punkte bekommen, hab's nicht gesehen, aber ist egal. Ah, fällt alles um hier. Da regt er sich auf. Schöne Spiel. Viel Glück. Hm. Ist klar. Hm. Okay, jetzt noch mal ein Controller. Das passiert, wenn ich 100 Sachen auf einmal machen will. Date. Und wir kriegen... ... ... ... ... ... Marius Arena, ey. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch. Leon. Der Profi ist dabei. Aus Nordrhein-Westfalen. Geil. Äh. So. Komm jetzt aber hier besser. Zwei Metall Marius und Lakito, ey. Mein Erzfeind. Scheiße, ey. Lakito. Muss mich hier gleich vorne weit absetzen. Die fährt erstmal gegen die Wand. Macht dir Spaß. Wow. Fickt euch. Echt, ey. Fickt euch. Ganz ehrlich, ey. Ihr könnt mich immer alle... Behindert echt. Weißt du, dann einmal... ...und dann gehen sie alle auf dich los. Oder der Deutsche bist. Na, würdest du die Abkürzung nehmen. Hätt's aber vergessen. Oh. Wieder reingefallen. Ich kriege auch zur Zeit kaum Münzen in den Multiplayer. Das ist mir mal so aufgefallen. Also... ...ich krieg ja nicht mal irgendwie ein paar Gegenstände zusammen. Das geht mir irgendwie auch auf den Sack. Was war das denn? Ich hasse den Bumerang. Er ist so die unnützeste Fähigkeit. Ohne Scheiß. Ich will mich rammen, echt, ey. Ich hab mal Glück gehabt. Was ist denn hier nicht Zacharias, ey. Das ist mir gegeben. Hier vorne ist Casey. Slaven, ey. Oh, oh, wird's abhauen? Niemand haut einfach ab. Wir sollen eigentlich alle Pilze und ich nicht... Danke. Ein paar Münzen hier noch holen. Was ist los? Super. Bullshit. Wow. Und dann hab ich noch das Item da. Ja, das ist... ...zum Scheitern verurteilt. Besonders, wenn ich in einen reinfahre. Ja, vorletzter. Schön mit meiner Waluigi zusammen. Wow. Heute läuft's nicht. Minus Points. Es ist, äh... ...nicht gut heute. Decay Journal. Das Spiel hat die Fresse, echt, ey. Hat beide die Fresse. Das ist ein Scheißspiel. Na egal, haben wir noch zwei und dann... Ey, dann war's das schon wieder. Oh, der Deutsche ist schon wieder raus. Muss ich wieder... Ach, schon wieder, ey. Fickt euch wirklich. Was ist das denn für heute für eine Wunde? Habt ihr nix dazugelernt? Ja, hatten wir doch schon. Wow. Jetzt muss ich wieder durch diese Scheißstrecke. Ich hasse die auch. Ich find die... ...hassen die immer das Böse. Boah, das ist immer ein bisschen zu krass, klingt das. Ich mag's nicht, ich sag mal so. So wie Tic-Tac-Trauma nicht mag, Röhrenlabyrinth nicht mag, Vulkan-Grollen nicht mag und... Noch ein paar andere. Mann, Shy Guy. Fick dich doch, du scheiß Ami. Echt? Du kommst aus deinem... ...behinderten Hinterwälderland um meins jetzt hier aufzumachen. Mh, wir sind Amis, ey. Wir können alles auf der Welt. Mh, wir haben nicht mal Versicherungen. Brauchen wir nicht. Wir dürfen alle Waffen tragen, weil bei uns ist es zu total gefährlich. Können immer die Indianer um die Ecke kommen. Deswegen tragen wir alle Waffen bei uns. Ja. Die sind auch echt richtig schlau, die Amis. Mh. Ach, Mann. Ich dachte, das passt. Okay, drei Rote ist natürlich jetzt nicht... Oh, ne? Na, Gil? Oh, shit. Oh, shit. Weißt du, er so... Oh, der denkt... Weißt du, er denkt so... Oh, oh, der hat nichts mehr. Oh, und dann... Oh, shit. Boom. Danke für den Turbo, kleiner Bastard. Und dann überholt mich ein anderer Ami. Was ist das denn? Ich weiß nicht, was du vor hast, Ryan. Aber ich werde... Was wollen die echt alle? Der erste Ding kriege ich, glaube ich, nicht mehr. Das ist das Problem. Das bedeutet, ich kriege jetzt echt viel Scheiße ab. Das werde ich, glaube ich, auch nicht halten können, den zweiten. Boah, Mann, ey. Weißt du, das Spiel macht einen richtig aggressiv. Besonders wenn ich die ganzen scheiß Amis, ey. Ey, guck doch mal endlich mal Fusi, ey. Lass mich in Ruhe. Alle Fusi gucken. Ey, Ryan. Du machst mich aggressiv. Weißt du das? Ja, Ryan. Ja, Ryan. Nö, Ryan. Boom. Wow. Ja. Oh nein, ich häng da fest, ja. Ah, pff. Okay, 6, das ist in Ordnung. Habe ich mir aber ja auch dumm angestellt. Das ist dann völlig okay. Kriege ich Pluspunkte, alles andere ist egal. Läuft halt nicht so helllich. Dö, 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 dö. Ach, komm, Wasserpark. Ey, bitte kein Diskodrom. Diskodrom kann ich auch nicht leiden. Ist wohl nicht schwer, ja, Ryan, hä? Komm her, ey. Legen wir uns mal hier an, ey. Im echtem Leben. Gucken, wer gewinnt. Es gibt noch, es gibt noch Gerechtigkeit. Vielleicht nur Hammis, ey. Das Spiel fängt gleich für die an. Dö, 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 dö. Ich wollte ja eigentlich mal einen Stream machen die Woche. Das hat sich irgendwie nicht ergeben. Das WM-Sache ist immer so ein bisschen schwierig da. Müssen wir mal gucken. Ob es diese Woche überhaupt noch was wird oder. Ansonsten vielleicht nächste Woche. Mal gucken. Ist alles ein bisschen schwierig, da ist immer alles so ein bisschen durch zu. Und zu kriegen, wie ich das gerne möchte. Los, ja, jedenfalls weiß er, der Mexikaner fällt ganz alleine immer vorne an der Spitze. Außerdem gönne ich das auch. Den Amis nicht mehr. Was fährt er denn? Er fährt. Rosalina, ey. Aber Rosalina kann ich nicht hier auch stehen, ey. Nee, 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 nee. Rosalina kommt einfach und dann wird hier auf einmal voll beliebt. Verstehe ich nicht. Waluigi, als der auch immer da war. Äh, nö, nö. Waluigi können wir aber nicht leiden. Was ist das? Waluigi ist nicht so toll. Also richtig am Feind. Gefällt dir das, Rosalina? Wer ist hier erst da? Wer fickt euch alles? Es ist Waluigi. Waluigi ist da. Macht euch alle platt. Wie willst du mich aufhalten? Oh, ne? Dein grünen Panzer, weiß er. Jawoll. Standarditem auf dem ersten. Eine verfickte Banane. Komisch. Warum zählt hier jetzt die Banane nicht? Werde ich als erster ins Ziel gehen? Oh, Baby. Ey, perfekter Abschluss, ey. Ich bin der Boss hier. Ich bin der Boss. So sieht's aus. Heilige Mutter Gottes. Geil. Geiler Abschluss. Nach den drei miesen Runden davor war das richtig geil. Geiler Scheiß. Tut mir leid, falls jetzt Leute da reingekommen sind. Immer noch nix freigeschaltet. Ich versteh's nicht. Naja, okay, Leute. Machen wir Schluss. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Mario Kart 8. Bis dahin, Leute. So differentiate euch ins Told du mit. Vielen Dank.